Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Raymond Legends. Es geht wieder hoch den Turm ohne Ende und heute bin ich endlich mal froh, wir haben mal wieder eine richtige Herausforderung, denn die heutige Challenge hat zwei Knackpunkte. Das ist einmal bei 610 Meter ungefähr und dann noch einmal bei 960 Meter, die recht ungewöhnlich sind, aber das erzähle ich euch jetzt dann gleich nochmal, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind. Im Grunde ist es wieder, wenn wir die beiden geschafft haben, dann ist es kein Problem, das Ganze zu schaffen. Ja, hier habe ich mich irgendwie versprungen und habe mich echt schon gewundert, wieso ich überhaupt überlebt habe, aber ja, vielen Dank für diesen Bug, offenbar, ja, der hat mir jetzt hier das Leben gerettet. Es geht weiter hier hoch, hier diese ganz normalen Übringe kennt ihr, auch hier möglichst spät halt eben durchschlagen, dann schaffen wir das ohne Probleme. So, hier drüber, dann einmal weiter hoch, wieder ein Wechsel. Die Grundregel bei Turm ohne Ende ist eigentlich immer achte auf die rosa Looms, wenn wir die alle einsammeln, dann sollte man eigentlich ohne Probleme überleben, außer halt eben nachher bei dieser Stelle mit 610 Metern. Aber das kommt ja gleich, ja, auch wieder zur Seite rüber, auf die andere Seite. Und dann kommen wir schon hoch, sind jetzt schon bei 450 Metern. Hier wieder durchschlagen, einmal hoch. Und hier haben wir schon eine Pause wieder, wo wir ein bisschen kurz mental entspannen können. Einmal weiter, hier hoch, ohne Ablenkung, weiter hoch. Weiter. Hier, wenn möglich, ihr habt es gesehen, ich habe den Controller auf der linken Seite komplett losgelassen, aus dem Grund, da man sich meistens hier recht schön verspringt. Ja, einmal weiter. Und jetzt gleich kommt die Stelle hier schnellere Sprünge, als es eigentlich sein sollte. Dann reichte drüben auch den Bumper. Ich bin ein paar Mal drüber gesprungen, was ich mir nicht ganz genau erklären konnte, wieso. In einer Runde musste ich sogar einen Sprung nach unten aktivieren. Und ja, das ist eigentlich so der erste Knackpunkt. Und der zweite kommt jetzt dann gleich. Hier auch wieder durchschlagen. Hier bekommen wir wieder eine Pause. Sind dann schon auf 800 Meter. Hier weit drüber, möglichst spät wieder durchschlagen. Jetzt hier wieder so ein Wechselspiel. Sprung, Schlag, Sprung, Sprung, Schlag. Einmal weiter hoch. Ja, auch das gleiche nochmal. Zack. Da war ich ein bisschen verwundert, wieso der Bumper. Und gleich haben wir die Stelle genau, die kommt hier drüben jetzt. Hier müssen wir recht schnell hoch und normalerweise erreicht man ohne Probleme den Bumper. Aber ihr seht, ich musste hier sogar den Sprung noch nach unten aktivieren, damit mich nicht die Ranke erwischt. Aber wenn wir die Stelle eigentlich geschafft haben, dann wird es wieder sehr, sehr leicht im Verhältnis dazu. Das heißt, es kommen jetzt einfach diese Ringsachen mit dazu, wo wir hier einfach schnell weiterspringen sollen. Aber vom Schwierigkeitsgrad her wird es sehr, sehr viel leichter. Und eigentlich, wenn wir diese zwei Stellen geschafft haben, dann ist Gold eigentlich wirklich kein Problem mehr. Müssten wir jetzt eigentlich auch schon fast geschafft haben. So, hier hochspringen. Auch nochmal einmal Ring weiter. Weiter auf den Bumper. Nochmal hoch. Hier wieder ein Wechsel rüber. Rüber. Also ihr seht, Schwierigkeitsgrad geht wirklich nach unten. Weiter hier einfach über die Ringe möglichst schnell halt eben weggehen, damit uns die Ranke nicht erwischt. Ja, auch wieder nur den Bumper anspringen. Einmal Wechsel, nochmal Wechsel. Rüber auf die andere Seite. Hier jetzt auch wieder die schnelle Wechsel. Zack, zack, zack. Und weiter gibt es die Pause. Hier rüber springen. Auch wieder schneller Wechsel. Schlag. Das kennen wir ja gerade eben auch schon. Und hier funktioniert es jetzt auf einmal. Was ich echt nicht kapiere, warum. Da hatte ich echt schon Angst, dass mich die Ranke irgendwie jetzt hier absperrt. So. Und da erwischt es mich dann. Also 1491 Meter. Wenn ihr die zwei Stellen vorher einmal bei 610 Meter und 960 Meter schafft, dann ist es gar kein Problem. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgens für der nächsten Daily Challenge. Bis dann. 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 Vielen Dank.